Was ist sein? Was ist sein? Was ist die Frage nach dem Sinn vom Sein? Was ist sein? Was ist sein? Was ist der Sinn vom Sein? Das Fragen dieser Frage hat als Fragen nach natürlich sein Befragtes, Gefragtes, Erfragtes und als Fragen eines Seins Selbst den Charakter des Seins Das Fragen dieser Frage ist ein Seinsmodus eines Seins Dass wir je selbst sind, das heißt das Sein dieses Seins Ist gemein, gemein und in seiner Je-Meinigkeit Worum ist diesem Sein in seinem Sein? Oh, 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 liegt ein Charakter des Seins Alles soll sein, diese Zeit, ist prima sein Da drückt das Wort Da-Sein nicht sein Was ist die Schule der Stein? Nein, nein Sondern sein, sein, sondern sein, sein, sondern sein, sein heidegger wieder kann his